Ist der Boden hier bei Cardano jetzt endlich hinterlegt und ist somit der Start in eine impulsive Welle 3 jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier in Sichtweite? Hierzu klären wir die Wahrscheinlichkeiten in diesem Video und damit Servus und Herzlich Willkommen zum heutigen Cardano-Spezial-Update-Video hier von Trading on Air. Ja, wenn dir der Content gefällt, kannst du dir jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen und in YouTube-Algo zu supporten, würde uns auf jeden Fall auch mega freuen und supporten. Gut, an euch alle erstmal schon mal schönen, schönen Feiertag, für uns geht es heute trotzdem ran, jetzt geht es danach dann auch gleich weiter. Das heißt hier, ja, sag ich mal, keine Pause für euch, bestens versorgt, das heißt, smasht auch hier schon mal gerne den Like-Button. Wenn ihr das Ganze feiert, morgen am Brückentag geht es selbstverständlich auch hier auf diesem Kanal dann nochmals für euch weiter. Ihr habt ja jetzt auch schon genug gelabert, vielleicht noch kurz der Hinweis, alle unsere wichtigen Links, wie beispielsweise Budget, wo ihr euch maximalen Rabatt hier lebenslängig von 20% auf eure Gebühren sichern könnt und auch die kostenlose Telegram-Signalgruppe sind selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, jetzt genug geschnackt, gehen wir hier rein in den Content, beginnen übergeordnet hier für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Und wir gehen demnach davon aus, dass Cardano hier, ja, übergeordnet hier in einer 1, 2, 3, 4, 5 Formation aktuell primär hier verweilt und demnach wir hier in diesem Bullrun hier noch ein Ultimate im Bereich der 5,80$ Stand jetzt primär eben noch ausstehen sehen. Bedeutet, das hier der übergeordnete Chart und jetzt gehen wir hier auf den, ja, auf den Binance-Chart rüber, da ist das Ganze etwas schöner hier zu zählen, beziehungsweise die Liquidität ist hier einfach etwas größer, deswegen ziehen wir hier diesen Chart heran und demnach gehen wir aktuell primär davon aus, dass das Ganze hier ein Impuls nach oben ist, wie eine Korrektive 2 primär Stand jetzt sogar gesehen haben, im Sekundärszenario noch über einen Tief hier eben sehen, wie wir hier die Wahrscheinlichkeiten genau einräumen und was, wie, wo der Ganze oder hier rein mitspielt. Das klären wir jetzt hier gleich noch im Nachgang, das heißt unbedingt dranbleiben, dennoch so oder so erwarten wir im Nachgang hier eine impulsive Welle 3, wie gerade im Intro angesprochen, die uns dann hier Stand jetzt auf Kurse hier Richtung 2,25$ hier eben dann führen wird und das Ganze mit einer Welle 4 und 5 dann, wie vorher gerade angesprochen, im Bereich der 5,80$ dann eben hier einmal enden zu lassen. Gut, soviel hier übergeordnet hier zu Cardano, wir gehen jetzt gleich eins tiefer, davor noch kurz der Hinweis, wie vorher gerade angesprochen, die kostenlose Telegram-Signalgruppe selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, das heißt, wenn wir irgendwie Käufe oder Trades nochmal tätigen, halten wir sich hier selbstverständlich auf dem Laufenden. So sieht das Ganze beispielsweise aus. Dazu muss auch gesagt sein, das sind unsere Trades, wie wir traden, das heißt, ihr könnt es nachmachen, müsst es natürlich nicht, das heißt, keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle. Wir traden, wie gesagt, das Ganze hier auf Budget, das heißt, wenn du dir maximalen Rabatt lebenslänglich hier von 20% auf deine Gebühren sichern möchtest oder hier einfach nur gleichzeitig fest oder sicherstellen möchtest, dass du hier bei regelmäßigen Events, wo du teilweise bis zu 1.000$ und mehr fürs reine Traden mit unserem Link zurückbekommen kannst, dann ist das der Go-To-Link. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung, genauso wie auch zur Talk- und News-Gruppe, kommen von unserer Seite immer zwischen Updates rein oder falls du im Austausch mit der Community beziehungsweise mit uns interessiert bist, kannst du dir selbstverständlich auch gerne beitreten. So, genug Eigenwerbung, jetzt gehen wir hier weiter ins Kursgeschehen, gehen runter auf den 4-Stunden-Timeframe und das ist aktuell das primäre Szenario, was wir hier eben verfolgen, eine WXY, ja, ziemlich punktgenau auf 0.786er Fibonacci Level hier einmal beendet bei den 9.20$ und demnach würden wir jetzt davon ausgehen, beziehungsweise gehen wir auch primär jetzt davon aus, dass das Ganze Stand jetzt eben, wie gesagt, jetzt hier wegdreht, denn ein WXY, das haben wir auch bei Chainlink schon behandelt, ist per se wahrscheinlicher wie eine WXYXZ. Das heißt, eine WXY, ein Double-Six-Zag, hat per se die höhere Wahrscheinlichkeit, in einer Welle 2 zu sein, als ein Triple-Six-Zag, eine WXYXZ. Und wenn wir uns auch hier schon mal Channels anschauen, nämlich hier Parallel-Channels, wo wir sagen können, okay, das können wir hier counten, dass das Ganze hier in so einer Art Parallel-Channel einmal runterläuft, dann sehen wir hier auch einen Breakout und aktuell gegebenenfalls dann eben sogar den Retest. Bedeutet, auch das nochmal stützt eher die Wahrscheinlichkeiten von diesem Szenario, wie dass wir sagen, okay, wir fallen sogar noch auf ein Tief und diese Welle 2 muss erstmal noch gefunden werden. Nichtsdestotrotz, das muss man auch dazu sagen, dieser Anstieg ist wieder hier dreiteilig, das Ganze hier korrektiv nach unten selber, das Ganze nach oben auch wieder dreiteilig, bedeutet, wir haben hier selbiges Problem wie bei Chainlink. Es gibt ganz klar wesentlich schönere Strukturen, um hier einen Boden reinzuzählen. Dennoch, aus den genannten Gründen, dass ein WXY viel wahrscheinlicher ist als eine WXYXZ und dass wir hier aus unserem Channel ausgebrochen sind, stützen für uns eher die Thesen, dass wir hier auch mit dem nahezu perfekten Hit beim 07-8600-Fibonacci-Level eben den Boden für diese Welle 2 aktuell eben primär einräumen. Einräumen. Demnach, auch hier die einzige Möglichkeit, das Ganze bullisch zu zählen, ist eben ein Leading Diagonal. Bedeutet, Welle 1 dreiteilig, Welle 2 sowieso korrektiv, Welle 3 sehr schön dreiteilig, Welle 4 dann hier korrektiv gefunden, beziehungsweise müssen die höchstwahrscheinlich noch finden und dann in eine Welle 5 nochmal zu gehen. Und hier ist die Welle 3, das können wir uns auch hier nochmal schnell anschauen, wenn wir uns hier die Welle 1 nehmen, das Ganze hier an den Start der Welle 2 legen, sehen wir schön 07-8600-Fibonacci-Level hier gedreht. 1-to-1-Ratio wäre hier die Maximalausdehnung gewesen für eine Welle 3 in einem Leading Diagonal und hier einfach die schöne Confluence, was einfach die Wahrscheinlichkeiten für ein Contracting Leading Diagonal nochmal etwas erhöht, dass wir hier eben nicht über das 1-to-1-Ratio mit dieser Welle 3 drüber gestoßen sind. Was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss? Welle 3 demnach kürzer wie die Welle 1. Eine Welle 3 darf auch im Leading Diagonal nicht die kürzeste Welle sein, demnach auch hier diese Welle 5 darf hier maximal bis zum 1-to-1-Ratio von unserer Welle 3 sich hier einmal ausdehnen. Das heißt maximal bis zu den 46 Dollar Cent dürfen wir hier gehen, ansonsten ist das Leading Diagonal hier Geschichte. Wir sind gegebenenfalls in einem sehr, sehr bullischen Umfeld, aber dann wird die Struktur schon sehr, sehr komplex. Bedeutet das aktuell das bullische Szenario, das wir hier eben sehen, demnach hier über ein neues Hoch hier zu gehen? Wir sehen es hier, 0618 wäre sogar leicht unter dem Hoch. Vielleicht formen wir hier noch eine Art Triangle aus oder eine Art Flat-Formation, dann wäre das 0618 wieder spruchreif. Ansonsten hier der Bereich um die 43 Dollar Cent für das nächste Hoch. Definitiv ein Bereich, den man hier einmal im Auge behalten sollte. Wenn wir uns hier dann noch das Fibonacci Tool hier einmal reinladen, dann sehen wir, dass wir hier dann die nächste Widerstandszone bei den 47 Dollar Cent haben. Und wenn wir uns hier das 0382 anmachen, sehen wir, dass das dann schon relativ gut passt mit dem aktuellen Hit, wo wir getroffen haben und dann mit dem minimalen High die Liquidität hier drüber nochmal zu holen und dann eben hier, ja auch im Bereich vom 0382 Fibonacci Level eben hier die Resistance reinzubekommen. Unser Leading Diagonal auf den kleineren Zeiteinheiten hier dann eben, wie gesagt, mit dem minimalen High hier einmal dann zu vervollständigen und dann in eine, ja, Welle 2 zu gehen, um dann in die impulsive Welle 3, der Welle 3 einmal durchstarten zu können. Gut, so viel hier zum bullischen Szenario. Das Ganze hier sollte klar sein. Sprechen wir noch das bearishere Szenario durch und wann dieses hier wahrscheinlicher wird. Das ist, wie gerade angesprochen, ein WXYXZ, wo wir dann nochmal Fokus auf die 26 Dollar Cent hier in diesem Fall nochmals hätten, ehe wir dann den Turnaround hier erwarten, denn der Move seit diesem Top sieht in jedem Fall korrektiv aus, weshalb wir primär davon ausgehen, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir die 80 Dollar Cent definitiv in den nächsten Wochen und Monaten in Angriff nehmen werden. Und demnach WXYXZ. Was haben wir hier noch an interessanten Zonen? Einmal das Fib Time Ratio, wenn wir uns das hier anlegen. Sehen wir, wir sind aktuell sehr, sehr perfekt im Bereich des 1-to-1 Ratios. Bedeutet, dass diese Welle X in der Zeit genauso lang ist wie diese Welle X in der Zeit hier ausgetoppt, was eben perfekt im Rahmen ist für eine zweite X-Welle. Demnach, wenn diese Welle X hier, oder diese zweite X-Welle hier ein Thema ist, dann ist diese sehr wahrscheinlich auch mit diesem Top hier gefunden. Dass wir hier noch ein Hoch machen werden und diese Welle X hier finishen werden, ist oder schmälert einfach nochmal die Wahrscheinlichkeit enorm. Bedeutet, wenn wir hier das nächste Hoch hier drüber sehen, die Wahrscheinlichkeit nochmals viel, viel größer, dass wir hier in einem bullischen Szenario sind. Und das Tief hier mit dieser WXY, das heißt bis zu diesem Zeitpunkt hier, einmal beendet ist. Was wir, wie gesagt, aktuell schon leicht primär eben verfolgen. Genau, das vielleicht noch zur WXYXZ gesagt. Wie gesagt, per se unwahrscheinlicher wie eine WXY. Sollten wir das Tief hier bei den 30,4 Dollar Cent rausnehmen, gewinnt dieses Szenario zunehmend an Wahrscheinlichkeit, bedeutet, dass wir dann hier von diesem Punkt dann nochmal hier im Preisverfall von ca. 15% höchstwahrscheinlich dann eben erwarten. Gut, was erwarten wir dann? Nämlich dann erwarten wir hier eine Welle A, B, C nach unten im Bereich der ca. 26 Dollar Cent. Zumindest hier unter dieses Tief hier bei den 27,6 Dollar Cent. Wie gesagt, nächster signifikanter Support dann hier bei den 26 Dollar Cent aktuell. Und demnach würden wir hier auch dieses Szenario oder dieses Target hier einmal anpeilen in dieser WXYXZ bei Cardano. So oder so, dieser Move sieht jetzt schön langsam erschöpft, sieht schon langsam abgeschlossen aus. Das Wochenende steht auch schon langsam wieder vor der Tür. Bedeutet, dass wir mit Erholung zumindest auch in jedem Szenario hier Richtung 37,4 Dollar Cent bis 39,7 Dollar Cent. Zeitnah jetzt dann hier maximal noch ein, zwei kleine Tiefs hier dann eben, wenn nicht sogar direkt, dass wir hier den Move hier nach oben bekommen, ist wie gesagt sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier die Erholung dann eben zeitnah reinbekommen. Gut, soviel hier zu Cardano. In diesem Szenario wird es dann eben bearish wegdrehen. Wie gesagt, das wird sehr, sehr abhängig dann auch von dieser Gegenbewegung. Werden wir euch selbstverständlich hier auf diesem Kanal up to date halten. Und bevor jetzt wieder einer sagt, hier, ja, ihr haltet euch beide Seiten offen. Aktuell primäres Szenario, hier das bullische Szenario, dass wir hier eben den Boden primär gefunden haben. Aus den genannten Gründen, aus den übergeordneten Gründen, dass ein WXYXZ unwahrscheinlicher ist wie eine WXY und demnach hier eine 1, 2, 3, 4, 5 im Leading wahrscheinlicher wird. Und wenn wir dieses Hoch hier rausnehmen, oder das Wellen 3 hoch, dann die Wahrscheinlichkeit nochmal viel, viel größer für die Bullen. Wenn wir hier dieses Tief verlieren, die Wahrscheinlichkeit ein viel, viel größer für die Bären. Das heißt wirklich, wir sind gerade in einer sehr, sehr interessanten Range, die uns dann eben, ja, gute Auskunft auf die nächsten Wochen und Monate einmal hier bei Cardano geben kann. Wie gesagt, das ist das Primärszenario. Und damit soll es das Ganze schon gewesen sein. Bei sämtlichen Fragen gerne unten rein in die Kommentare. Und damit bedanken wir uns schon mal über jegliche Form von Support. Wir hören uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten, morgen in der Früh zum nächsten Update. Genießt euren Feiertag. Und damit Trading ist raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.